Über viele Jahre hinweg haben sich Theorien und Spekulationen über den genauen Standort des biblischen Königs Salomons Grab weit über Grenzen hinweg verbreitet und wurden über Generationen weitergegeben. Doch erst vor kurzem gelang es einem Mann und seinem Team von Wissenschaftlern, diese Unwahrheiten zu widerlegen. Eilat-Mazar und sein Team machten sich ursprünglich auf den Weg, um den Palast von König David zu finden. Dabei stießen sie jedoch auf eine unerwartete Entdeckung. Das Grab von König Salomon, verborgen unter einer dünnen Erdschicht am Dreifachtor, einem Ort, durch den die jüdischen Menschen in der Zeit des Zweiten Tempels hindurchgingen. Diese Entdeckung war besonders seltsam, da viele bisherige Theorien behaupteten, das Grab existiere nicht oder liege unter dem Tempelberg. Und was hat ihre umfassende Forschung an diesem Ort ergeben? Seht das Video bis zum Ende, denn alles, was ihr bisher über die Ruhestätten von König Salomon und König David zu wissen glaubtet, könnte sich als falsch herausstellen. Im Jahr 2010 entdeckte eine Gruppe von Wissenschaftlern und Archäologen unter der Leitung von Eilat-Mazar von der Hebräischen Universität Jerusalem den Standort von Salomons Grab. Was diese Entdeckung so erstaunlich macht, ist, dass sie nicht gezielt nach Salomons Grab suchten, sondern nach etwas Größerem. Sie gruben im ältesten Teil Jerusalems, um den Palast von König David zu finden, als sie auf ein Segment einer hohen Mauer stießen, das etwa 64 Meter lang war. Es gab ein Torhaus, einen Eckturm und eine königliche Struktur. Die Archäologen waren von der Größe des Mauersegments überwältigt und vermuteten, es könnte Teil eines noch größeren Bauwerks wie eines Tempels oder Palastes sein. Ihre Aufregung wuchs, als sie ahnten, dass es eine Verbindung zur Herrschaft König Salomons geben könnte. Mithilfe von Radiokarbon-Datierungen fanden sie heraus, dass das Alter der Städte mit der Zeit übereinstimmte, in der König Salomon regierte. Eilat-Mazzar erklärte, dass dies das erste Mal sei, dass sie eine Struktur aus dieser Zeit fanden, die den schriftlichen Beschreibungen von König Salomons Bauten in Jerusalem entsprechen könnte. Die Suche nach Salomons Tempel war seit langem ein großes Ziel der Archäologie und diese Entdeckung bedeutete einen historischen Durchbruch. Das Mauersegment wurde in der Ophel-Region gefunden, die als einer der ältesten Teile Jerusalems gilt. Es wird angenommen, dass sich hier der Palast von König David befand und die Entdeckung des Mauersegments hat neue Informationen über die Geschichte dieses Gebiets geliefert. Laut biblischer Überlieferung wurde der berühmte König Salomon in der Stadt Davids begraben. Daher gilt die Stadt Davids als ein wesentlicher Teil des alten Jerusalems. Dank jüngster wissenschaftlicher Forschungen steht nun fest, das verlorene Grab von König Salomon ist gefunden. Seit Jahrzehnten haben Archäologen danach gesucht, das Grab von König Salomo zu finden. Warum? König Salomo ist eine der beliebtesten biblischen Figuren des Christentums. Er war der Sohn von König David und trat nach dessen Tod die Nachfolge als König an. Berühmt wurde Salomo durch seine Weisheit, seinen Reichtum und den Bau des Tempels in Jerusalem, einem der heiligsten Orte für die Israeliten. Seine Herrschaft wird vor allem in den Büchern der Könige und der Chroniken in der Bibel beschrieben. Die Stadt Davids ist nach König David, dem Vater Salomos, benannt. Es wird angenommen, dass dies der älteste Teil Jerusalems ist, südlich der heutigen Altstadt. Archäologen sind der Meinung, dass sich hier die ursprüngliche Siedlung Jerusalems befand. In der Bibel wird die Stadt Davids häufig als der Ort erwähnt, an dem König David seine Hauptstadt errichtete, nachdem er Jerusalem von den Jebusitern, einer Gruppe, die vor den Israeliten dort lebte, erobert hatte. Als König Salomo starb, heißt es in der Bibel, er wurde in der Stadt Davids beigesetzt. Das bedeutet, dass sein Grab in diesem historischen Gebiet lag, auch wenn der genaue Ort heute unbekannt ist. Die Tradition besagt jedoch, dass es irgendwo in der Stadt Davids gewesen sein muss. Heute ist die Stadt Davids eine äußerst bedeutende archäologische Stätte. Viele Ausgrabungen wurden dort durchgeführt, um die alte Geschichte zu enthüllen. Archäologen haben zahlreiche faszinierende Entdeckungen gemacht, darunter alte Gebäude, Mauern und Tunnel. Diese Funde helfen uns, mehr über die Geschichte Jerusalems und die Menschen, die dort lebten, zu verstehen. Eine der beeindruckendsten Entdeckungen in der Stadt Davids ist der Siloah-Tunnel, auch bekannt als Hiskija-Tunnel. Dieser Tunnel wurde von König Hiskija, einem weiteren König von Judah, erbaut, um Wasser in die Stadt zu leiten. Er zeigt die fortschrittlichen Ingenieursfähigkeiten der Menschen, die in der Antike in Jerusalem lebten. Doch das ist nicht alles. Ein weiterer bedeutender Fund ist die große Steinstruktur, die einige Archäologen als die Überreste des Palastes von König David ansehen. Dieses große Gebäude soll aus der Zeit von David und Salomo stammen. Wenn das zutrifft, zeigt es, dass die Stadt Davids ein bedeutendes Zentrum der Macht und Verwaltung während ihrer Herrschaft war. Neben diesen Strukturen wurden in der Stadt Davids viele Artefakte entdeckt, darunter Töpferwaren, Werkzeuge und Inschriften, die uns mehr über das Alltagsleben der Menschen dort verraten. Einige dieser Artefakte stammen aus der Zeit von König Salomo. Die Stadt Davids hat für viele auch eine religiöse Bedeutung und ist ein Ort von tiefem historischen und spirituellem Wert. Die Traditionen und Geschichten, die mit diesem Gebiet verbunden sind, wie die Beisetzung von König Salomo, sind ein wichtiger Teil des Erbes Jerusalems. Heute ist die Stadt Davids ein beliebtes Touristenziel. Besucher können durch die alten Ruinen wandern, die Tunnel erkunden und mehr über die Geschichte Jerusalems erfahren. Bei den archäologischen Ausgrabungen in der Stadt Davids wurden zahlreiche Strukturen und Artefakte aus der Zeit des Vereinigten Königreichs Israels freigelegt, jener Ära, in der Könige wie Saul, David und Salomo über das Land herrschten. Diese Funde umfassen verschiedene Gebäude, Mauern und andere Strukturen, die uns Einblicke in das Leben der Menschen und das Erscheinungsbild der Stadt zu jener Zeit gewähren. Eines der bedeutendsten Funde in der Stadt Davids ist die sogenannte große Steinstruktur. Einige Archäologen vermuten, dass es sich dabei um einen Teil von König Davids Palast handeln könnte. Dieses Bauwerk ist beeindruckend groß und wäre ein passender Ort für einen König gewesen. Es wurde aus mächtigen Steinen errichtet, was darauf hindeutet, dass die Baumeister über fortgeschrittene Baukenntnisse verfügten. Der Fund einer solchen Struktur bestätigt die Bedeutung Jerusalems während der Herrschaft Davids und Salomos. Eine weitere bemerkenswerte Entdeckung ist die Stufensteinstruktur, ein massives Steinstützensystem, das wahrscheinlich dazu diente, große Gebäude darüber zu tragen. Möglicherweise war es mit der großen Steinstruktur verbunden und bildete somit Teil eines noch größeren Bauwerks. Diese Art von Konstruktionen zeigt eindeutig, dass während der Zeit des Vereinigten Königreichs Bautätigkeit in der Stadt Davids stattfand. Neben den Gebäuden wurden auch zahlreiche Artefakte aus jener Zeit gefunden. Dazu gehören Keramiken, Werkzeuge und Inschriften. Keramikfunde helfen Archäologen, die Datierung der Fundorte zu bestimmen, da sich die Keramikstile im Laufe der Zeit verändert haben. Werkzeuge und andere Gegenstände geben uns Hinweise auf den Alltag der Menschen, während Inschriften, obwohl selten, wertvolle Informationen über Sprache, Verwaltung und Ereignisse jener Epoche liefern können. Obwohl diese Entdeckungen bahnbrechend waren, gelang es früheren Archäologen lange Zeit nicht, königliche Gräber zu finden, die zweifelsfrei Salomo oder seinen Nachfolgern zugeschrieben werden konnten. Bis vor kurzem blieben diese Gräber ein Mysterium. Es gibt mehrere Gründe, warum die königlichen Gräber bei den Ausgrabungen nicht gefunden wurden. Einer könnte darin liegen, dass die Gräber noch unentdeckt geblieben waren, da die Stadt Davids ein großes Gebiet umfasst und nicht alle Bereiche vollständig ausgegraben wurden. Möglicherweise sind die Gräber immer noch im Untergrund verborgen und warten darauf, entdeckt zu werden. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Gräber im Laufe der Zeit zerstört oder schwer beschädigt wurden. Jerusalem hat eine lange und turbulente Geschichte, geprägt von vielen Kriegen und Invasionen. Gebäude und Strukturen aus der Antike könnten zerstört oder durch spätere Bauten überlagert worden sein. Dennoch setzen die Archäologen ihre Suche nach den königlichen Gräbern fort, denn ihre Entdeckung würde weitere Beweise über die Herrscher des alten Israels liefern und uns ein besseres Verständnis der damaligen Bestattungspraktiken ermöglichen. Auch ohne die königlichen Gräber sind die bisherigen Funde in der Stadt Davids von unschätzbarem Wert. Sie helfen Archäologen und Wissenschaftlern, die Geschichte Jerusalems und seiner Bewohner während der Zeit des Vereinigten Königreichs besser zu verstehen. Jede Entdeckung trägt dazu bei, unser Wissen zu erweitern und die Vergangenheit klarer zu erkennen. Und selbst bevor die Gräber letztlich gefunden wurden, gab es zahlreiche spannende und glaubwürdige Theorien, besonders jene über versteckte Kammern. Und gewiss wollt ihr mehr darüber erfahren. Einige Theoretiker glauben, dass das Grab von König Salomo unter dem Tempelberg verborgen sein könnte. Der Tempelberg ist ein äußerst bedeutender Ort in Jerusalem, voller historischer und religiöser Wichtigkeit. Für das Judentum, das Christentum und den Islam ist er eine heilige Stätte, was viele Menschen dazu bewegt, sich für das zu interessieren, was dort verborgen sein könnte, darunter möglicherweise auch das Grab von König Salomo. Die Vorstellung, dass Salomos Grab unter dem Tempelberg liegen könnte, ist faszinierend, aber auch äußerst kompliziert. Der Tempelberg beherbergt mehrere wichtige religiöse Bauwerke wie die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom. Diese Städten sind für viele Menschen von großer Bedeutung und machen das Gebiet besonders sensibel. Daher ist es äußerst schwierig, dort umfangreiche archäologische Ausgrabungen durchzuführen, da dies viele Menschen verärgern und zu Konflikten führen könnte. Aufgrund der politischen und religiösen Sensibilität des Tempelbergs können Archäologen das Gebiet nicht frei erkunden, wie es an anderen Orten möglich wäre. Selbst wenn sich Salomos Grab dort befinden sollte, ist es nahezu unmöglich, es ohne gründliche Untersuchungen zu finden. Die Theorien über versteckte Kammern unter dem Tempelberg bleiben genau das, Theorien, da es keine konkreten Beweise gibt, um sie zu bestätigen oder zu widerlegen. Einige historische Berichte und Traditionen sprechen von königlichen Gräbern in der Nähe oder im Umkreis des Tempelbergs. Alte Texte und Geschichten deuten darauf hin, dass Könige, darunter auch Salomo, in der Nähe dieser heiligen Städte begraben worden sein könnten. Diese Erzählungen tragen zum Mysterium und den Theorien über den möglichen Standort von Salomos Grab bei. Ein Grund, warum viele glauben, dass Salomos Grab in der Nähe des Tempelbergs sein könnte, liegt in seiner Verbindung zum ersten Tempel. Der erste Tempel, auch als Salomos Tempel bekannt, wurde von König Salomo erbaut und war ein bedeutender Ort der Anbetung für die Israeliten. Da der Tempel so wichtig war, liegt es nahe, dass Salomos Grab in der Nähe sein könnte. Einige historische Texte deuten auf versteckte Kammern und geheime Gänge unter dem Tempelberg hin. Diese Texte legen nahe, dass es dort Räume oder Tunnel gibt, in denen wichtige Dinge verborgen sein könnten, möglicherweise auch die Gräber von Königen. Doch ohne die Möglichkeit, diese Bereiche zu erkunden, bleibt unklar, ob diese Geschichten wahr sind. Es hat begrenzte archäologische Untersuchungen rund um den Tempelberg gegeben, doch sie haben keine eindeutigen Beweise für das Grab Salomos erbracht. Diese Untersuchungen werden oft sehr vorsichtig durchgeführt, um das Gebiet nicht zu verändern. Obwohl viele interessante Artefakte und Strukturen gefunden wurden, bleibt das Mysterium um Salomos Grab ungelöst. Zumindest bis zu dem Tag, an dem es vielleicht entdeckt wird. Manche Menschen glauben, dass zukünftige Technologien uns helfen könnten, diese verborgenen Kammern zu erkunden, ohne den heiligen Ort zu stören. Techniken wie bodendurchdringendes Radar und andere nicht-invasive Methoden könnten eines Tages ein klareres Bild davon liefern, was sich unter dem Tempelberg verbirgt. Jerusalem ist voller antiker Tunnel und Höhlen und einige Forscher glauben, dass Salomos Grab in diesen unterirdischen Gängen verborgen sein könnte, die noch nicht vollständig erforscht sind. Eine dieser Höhlen ist die Zedekias-Höhle, auch bekannt als Salomos Steinbrüche, eine fünf Hektar große unterirdische Kalksteinmine unter dem muslimischen Viertel der Altstadt von Jerusalem. Sie erstreckt sich über fünf Stadtblöcke und wurde über mehrere tausend Jahre hinweg ausgegraben. Es ist der Überrest des größten Steinbruchs in Jerusalem. Ein weiterer Hinweis auf das rätselhafte Erbe von König Salomo. Die erste Erwähnung von Salomos Tempel und seinem berühmten Meloi Kalkstein lässt uns tief in die Geschichte Jerusalems eintauchen. Der Meloi Kalkstein, bekannt für seine Festigkeit und seine Erosionsbeständigkeit, war ideal für die königlichen Bauten jener Zeit. Sein Name, Mel, leitet sich von den hebräischen und arabischen Wörtern für königlich ab. Laut lokaler Überlieferung diente eine nahegelegene Höhle als Steinbruch für den Bau von Salomos erstem Tempel. Dieser besondere Kalkstein fand oft seinen Platz in königlichen Gebäuden und sein königlicher Ruf hallte durch die Jahrhunderte wieder. Diese Theorie ist jedoch nicht bestätigt und es wird allgemein angenommen, dass es sich tatsächlich um einen Steinbruch handelt. Die Passagen, die von dieser Höhle abzweigen, führen tief in das Herz Jerusalems. Eine andere Legende umhüllt die sogenannte Zedekia-Höhle, die als Zufluchtsort des jüdischen Königs Zedekia im 6. Jahrhundert vor Christus bekannt wurde. Der Legende nach versteckte sich Zedekia hier, um den Soldaten des babylonischen Königs Nebukadnezar während der Belagerung Jerusalems zu entkommen. Der biblische Kommentator Rashi schrieb, dass Zedekia durch die Höhle floh, bis er die Ebene von Jericho erreichte. Doch Gott schickte ein Reh, das über der Höhle lief, genau als Zedekia unter ihr entlang ging. Die Soldaten verfolgten das Reh und erreichten den Ausgang der Höhle, gerade als Zedekia herauskam, wodurch sie ihn ergriffen und blendeten. Diese Höhle hat auch eine besondere Bedeutung für die Freimaurer, die sie als heiligen Ort betrachten. Sie glauben, dass die Höhle einst als Versammlungsort der Tempelritter diente und geheime Symbole und Codes enthielt. Doch diese Annahmen sind überwiegend spekulativ und wurden nie bestätigt. Heute ist die Zedekia-Höhle für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie wurde renoviert und restauriert und ein audiovisuelles Spektakel begleitet die Führungen, um den Besuchern ein eindrucksvolles Erlebnis zu bieten. Dennoch bleiben einige Teile der Höhle aufgrund von Sicherheitsbedenken oder laufenden Ausgrabungen verschlossen. Neben der Zedekia-Höhle vermuteten Archäologen, dass Salomos Hauptgrab in Hiskiyas Tunnel versteckt sei. Dieser Tunnel ist Teil des alten Wassersystems von Jerusalem und befindet sich unter der Stadt Davids. Er verbindet die Gihon-Quelle mit dem Shiluach-Teich und wurde während der Herrschaft von König Hiskiya von Judah gegraben, um Jerusalem auf den drohenden Angriff des assyrischen Königs Sancherib vorzubereiten. Der Tunnel bietet einen faszinierenden Blick auf die westliche Mauer, etwas nördlich des traditionellen offenen Gebetsplatzes. Ein Großteil des Tunnels erstreckt sich unter Gebäuden im muslimischen Viertel der Altstadt. Etwa 150 Fuß tief im Tunnel befindet sich das sogenannte Warrens-Tor, ein versiegelter Eingang, der jahrhundertelang als kleine Synagoge diente, bekannt als die Höhle. Die frühen Muslime gestatteten es den Juden, in der Nähe der Überreste des Tempels zu beten. Überreste eines alten Wasserkanals, der einst den Tempelberg mit Wasser versorgte, wurden ebenfalls entdeckt. Die genaue Quelle dieses Kanals ist unbekannt, doch er führt durch ein unterirdisches Becken, das als Struthion-Pool bekannt ist. Dieses Becken, ein großer, kubischer Zistern, sammelt Regenwasser aus den Dachrinnen der umgebenden Gebäude. Vor der Herrschaft des Kaisers Hadrian war es ein offenes Becken, doch Hadrian fügte Gewölbe hinzu, um es zu überdachen und die Errichtung des Forumpflasters darüber zu ermöglichen. Nicht nur Archäologen und Wissenschaftler haben Theorien darüber aufgestellt, wo sich das Grab Salomos einst befand, bevor es kürzlich entdeckt wurde. Verschiedene Gelehrte schlugen mögliche Orte für das Grab des großen Königs vor. Einige von ihnen vermuteten den Berg Zion, einen Hügel in Jerusalem, der traditionell mit der Stadt Davids in Verbindung gebracht wird, als möglichen Ort der königlichen Gräber der Davidischen Dynastie, zu denen auch Salomo gehörte. Doch diese Theorie beruht auf einem Missverständnis. Es wird weitläufig angenommen, dass König David auf dem Berg Zion begraben wurde, doch das ist falsch. Tatsächlich wurde König David im südöstlichen Teil der alten Stadt Jerusalems beigesetzt, südlich des Tempelbergs, nahe dem Dungtor, in einem Gebiet, das heute als ihr David oder die Stadt Davids bekannt ist. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 2, Vers 10, wird auf Davids Begräbnisort verwiesen und David entschlief mit seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids. Obwohl Zion im Tanach als Teil des ursprünglichen antiken Jerusalems erwähnt wird, entstand im Mittelalter ein Irrglaube. Byzantinische Pilger meinten fälschlicherweise, der Hügel südlich des heutigen armenischen Viertels der Altstadt, sei Teil der antiken Stadt und nannten ihn Mount Zion. Tatsächlich befand sich die von David eroberte Stadt jedoch auf einem tiefer gelegenen Hügel südlich des Tempelbergs. Dieser Hügel war die Stätte der jebusitischen Stadt, die später zur Hauptstadt Davids wurde und für mehr als 200 Jahre das gesamte Jerusalem ausmachte, bevor die Stadt nach Westen wuchs und das Gebiet einbezog, das heute als Mount Zion bekannt ist. Der irrige Glaube, dass David auf Mount Zion begraben sei, hielt sich über Jahrhunderte. Während des 2. Jahrhunderts nach Christus wurde Jerusalem zerstört, die Juden wurden aus der Region verbannt und das Wissen über den tatsächlichen Ort von Davids Grab ging verloren. Der erste Hinweis auf die Lage der königlichen Begräbnisstätte stammt aus der Bibel, die besagt, dass König David, sein Sohn Salomo und die Könige Judas, die ihm folgten, in der Stadt Davids begraben wurden. Dies bezieht sich höchstwahrscheinlich auf einen Teil des modernen Gebiets, das heute als Stadt Davids bekannt ist. Im Jahr 1913 machte sich der französische Archäologe und Ägyptologe Raimond Weil auf die Suche nach der Grabstätte und entdeckte wichtige Artefakte, möglicherweise sogar die Gräber der Könige selbst. Er fand acht künstlich angelegte Höhlen, die er als Gräber identifizierte, sowie eine neunte Höhle, die er bei einer zweiten Expedition zwischen 1923 und 1924 näher untersuchte. Diese Höhlen nummerierte er von T1 bis T9 und erklärte, dass die monumentale Höhle T1 das Grab König Davids sei. Nach der Vielzahl von Theorien glauben einige, dass das Grab Salomos absichtlich versteckt wurde, um es vor Plünderern und Eindringlingen zu schützen. Eine übliche Praxis bei königlichen Bestattungen in der Antike. Es gibt Theorien, dass das Grab Salomos möglicherweise an einem weniger offensichtlichen Ort außerhalb des traditionellen Stadtgebiets von David liegt, möglicherweise aufgrund politischer oder religiöser Umstände in späteren Zeiten der Unruhe. Der Siegelring Salomos, auch als Ring Salomos bekannt, ist ebenfalls ein legendäres Artefakt, das mit dem Grab des großen Königs in Verbindung gebracht wird. Zugeschrieben dem israelitischen König Salomo wurde sein Siegel in mittelalterlichen mystischen Traditionen oft als Pentagramm oder Hexagramm dargestellt. In mystischen, islamischen und jüdischen Überlieferungen hieß es, das Siegel habe Salomo die Macht verliehen, übernatürliche Wesen zu beherrschen und mit Tieren zu sprechen. Die frühesten Hinweise auf Salomos Siegel oder Siegelring stammen aus jüdischen Traditionen. Der jüdische Historiker Josefus, der im ersten Jahrhundert lebte, erwähnt es erstmals. Ebenso findet sich ein Verweis darauf in einem jüdischen magischen Text des dritten Jahrhunderts, dem Sefer Harim, und in einem magischen Abschnitt des Traktats Gittin im babylonischen Talmud. Nach über einem Jahrzehnt von Renovierungen, die fast elf Millionen Euro kosteten, ist das sogenannte Grab der Könige in Jerusalem nun endlich der Öffentlichkeit zugänglich. Im Mittelalter glaubte man in Europa, dass sich an diesem Ort die Gräber von König David und König Salomo befanden. Diese Theorie wurde zwar widerlegt, doch der Name blieb dem Ort erhalten. Die Gräber wurden ursprünglich im ersten Jahrhundert nach Christus. Christ errichtet, jedoch über viele Jahre hinweg wiederverwendet. Die erste Ausgrabung der Städte erfolgte im Jahr 1863 durch den französischen Archäologen Louis-Félicien Quéniard de Solcy, der versuchte, die Zugehörigkeit der Gräber zu David und Salomo zu bestätigen. Diese Ausgrabung gilt als eine der ersten modernen archäologischen Grabungen in Jerusalem. Dabei wurden mehrere Särge entdeckt. Einer dieser Särge, der sich heute im Louvre in Paris befindet, war mit zwei aramäischen Zeilen beschriftet, die Sadan die Königin und Sada die Königin lauteten. Es ist möglich, dass das Grab Salomos versteckt oder umgesiedelt wurde, um es vor Zerstörung oder Entweihung während Zeiten von Konflikten oder politischen Umwälzungen zu schützen. Diese Theorie wird durch die Tatsache gestützt, dass viele königliche Gräber alter Zivilisationen oft versteckt oder geschützt wurden, um Plünderungen oder Vandalismus zu verhindern. Vielleicht wurde der Standort von Salomos Grab im Laufe der Zeit absichtlich vergessen oder aus politischen oder religiösen Gründen ignoriert. Trotz all dieser Unsicherheiten bleibt die Suche nach Salomos Grab ein faszinierendes Thema für Historiker, Archäologen und Gläubige. Abgesehen von Theorien und Spekulationen wurden in der Stadt Davids, wo das Grab vermutet wird, einige Artefakte gefunden. Schaut man genau hin, könnten einige dieser Funde Hinweise auf den genauen Standort von Salomos Grab geben. Artefakte wie Bullen und Siegel mit Namen aus biblischer Zeit wurden in der Stadt Davids entdeckt und auf die Zeit Salomos datiert, was den Archäologen helfen könnte, das Grab zu lokalisieren. Eine Bulla ist ein mit Schriftzeichen versehener Ton- oder Metallanhänger, der in der kommerziellen und rechtlichen Dokumentation zur Authentifizierung und Manipulationssicherung verwendet wurde. Zwischen 8000 und 7500 v. Chr. benötigten die sumerischen Bauern eine Methode, um ihre Tiere und Güter zu erfassen. Kleine Tonmarken wurden geformt, um bestimmte Tiere und Güter zu repräsentieren. Doch die Aufbewahrung und Handhabung dieser Tonmarken erwies sich als schwierig, weshalb das Markieren der Zeichen auf Tontafeln immer beliebter wurde. Tontafeln waren leichter zu lagern, sauberer zu beschriften und weniger anfällig dafür, verloren zu gehen. Im Laufe der Zeit wurde das Einprägen der Zeichen auf Tontafeln mit einem Griffel als noch effizienter und schneller für die Schreiber angesehen. Um Tresmil Ecem Anus Fien. Christoph begannen Zeichen mit numerischen Werten aufzutauchen und die Tonmarken wurden seltener. Die Sumerer entwickelten ein komplexes System der Metrologie bereits um 3000 v. Chr. Christ. Ab etwa 2600 v. Chr. Christine schrieben sie Multiplikationstabellen, Divisionen und geometrische Probleme auf Tontafeln nieder. Die frühesten Belege für die babylonischen Zahlensysteme stammen ebenfalls aus dieser Zeit. Als Papyrus und Pergament allmählich die Tontafeln ersetzten, wurden Bullen zu einem neuen Medium zur Versiegelung von Schriftrollen dieser neuen Materialien. Im alten Iran, in der Region Zagros, gab es bemerkenswerte Entwicklungen in der Schriftkunst. Dokumente wurden in zwei Hälften unterteilt, die durch zahlreiche Perforationen in der Mitte getrennt waren. Der obere Teil wurde zu einer Schriftrolle aufgerollt, während ein fester Faden diesen Abschnitt eng umschloss. Durch die Perforationen wurde der Ton auf den Faden geprägt, um unbefugtes Lesen zu verhindern. Der untere Teil des Dokuments wurde dann um die erste Schriftrolle gewickelt. Die frühesten bekannten Tokens stammen von zwei Städten in dieser Region, Ti-Ap und Ghaneskant-Besserat. Diese Orte lassen uns in die Vergangenheit zurückblicken und zeigen die gleiche Form von Keilschrift zu Piktogrammen bis hin zu diesen Tokens. Der Begriff Bula wurde schließlich auf Siegel aus Metall angewendet, obwohl die typischste Form aus Blei gefertigt war. Manchmal wurden sie auch aus Gold hergestellt, wie die, die an den verschiedenen goldenen Bögen angebracht waren, die von den byzantinischen Kaisern, den römisch-deutschen Kaisern und verschiedenen anderen Monarchen im Mittelalter ausgegeben wurden. Sechs offizielle Tonsiegel, die von einem archäologischen Team an einer kleinen Städte in Israel gefunden wurden, liefern einige Hinweise, die die Existenz der biblischen Könige David und Salomo unterstützen. Viele moderne Gelehrte haben David und Salomo als mythische Figuren abgetan und bezweifeln, dass ein solches Königreich zur Zeit der biblischen Berichte existiert haben könnte. Die neuen Funde liefern jedoch Beweise dafür, dass in dieser Zeit eine Art Regierungsaktivität dort stattfand. Artefakte wie Bula und Siegel mit Namen aus der biblischen Zeit wurden in der Stadt David gefunden und deuten auf die administrative Bedeutung des Gebiets zur Zeit Salomos hin. Glauben Sie, dass Aot Masar tatsächlich erfolgreich war, Salomos verlorenes Grab zu finden? Was denken Sie, werden die Wissenschaftler als nächstes entdecken? Teilen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren mit. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, einen Gefällt-mir-Daumen zu geben, es mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit Sie keine unserer nächsten Aktualisierungen verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.